herzlich willkommen zu einem neuen video von eichon coaching ich bin heute mal in der mitte vom bild weil kein chart zu sehen ist sondern etwas anderes und zwar habe ich auf unseren instagram kanal gefragt oder darum gebeten dass ihr ein paar fragen stellt die ich dann in einem youtube video also jetzt beantworte und ja schließen wir direkt los unseren instagram kanal findet ihr hier unten haben wir seit kurzem angefangen finde ich eigentlich eine ganz coole sache auch gar nicht auf dem schirm gehabt weil man da recht einfach mit uns in kontakt treten kann und vor allem halt auf fragen kann man uns relativ einfach stellen und kann den halt einfach auch ganz schön teilen dann profitiert auch jeder davon fangen wir direkt an nutzt ihr die collar strategie ja noch mal ganz kurz für alle was ist die strategie die besteht aus einem covered call spricht man hat 100 aktien verkauft daran auf einen short call sprich ein covered call der durch die 100 aktien besichert ist dadurch generiert man prämie mit dieser prämien einnahme kauft man sich dann einen putt also ein long putt meistens halt unterhalb vom kurs das kann man dann so machen dass man 100 dollar oben einnimmt unten von 100 dollar putt den halt einfach kauft kann man natürlich auch anders machen 100 dollar einnahme 50 dollar den long putt ausgibt da hat man immer noch ein credit eingenommen kann es aber auch noch als debit aufsetzen dann geht man näher ran mit dem putt also gibt es 1000 möglichkeiten wann machen wir das also machen das aber eher selten weil da müssen wir schon davon ausgehen dass es wirklich sehr vermutlich zu einer korrektur kommt da kann man sowas auf jeden fall machen ohne die aktien zu verkaufen aber da würde ich halt schon schöne signale haben weil doppel hochpunkt umkehr kerzen wie auch immer dass ich dann sowas einsätze ich gehe meist lasse den long putt weg und gehe eher at the money mit dem covered call aber generell spricht nichts dagegen wenn halt es nicht kracht hat man halt meistens auch nichts verdient und der worst case wenn sein nach oben rennt dann hat halt der long putt wird wertlos verfallen der covered call ab da mache ich dann halt ab den call strike auch keinen gewinn mehr aber generell kann man das machen warum seid ihr in silber eingestiegen dazu haben auch ein paar videos schon online gemacht ganz kurze erklärung wegen den cot daten da sind die commercials einfach sehr sehr bullisch aktuell haben wir glaube ich relativ wenigen silber weil die position auch schon im gewinn geschlossen worden weil wir so 16 17 im slv rein sind und teilweise 18 der dann bis 20 kurz drüber gegangen ist hat dann schon gereicht dass die putz durch sind sollte silberpreis noch mal runter kommen würden wir da auf jeden fall noch mal reingehen nächste frage verlust verrechnung wird fallen trotzdem eine gmbh gründen also dass die verlust verrechnung 100 prozent fällt steht meiner meinung nach komplett in den sternen weil der lindner hat es glaube ich halt ein bisschen auf der agenda gehabt oder hat es mal irgendwo veröffentlicht in einem paper aber da gibt es ja noch kein gesetzes vorhaben also da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig mit der party laune sondern erst wenn es dann so weit ist sollte man deswegen die gmbh gründen also die gmbh würde ich nur nicht also nicht wegen der verlust verrechnung alleine gründen es sei denn natürlich man hat so viel gewinn und so ein großes konto dass ich dann vielleicht auch steuerlich gesehen lohnt sondern es ist halt ihr gesamtkonzept eine gmbh möchte man auswandern was es mit der partnerin oder partner kinder erben muss man sich auch schon mal kopf machen kann ich vielleicht nicht so machen halblich kostenlich gegen rechnen kann bei der gmbh möchte ich mir gehalt auszahlen nicht komme ich aus sozialversicherung raus und so weiter also das ist schon ein rattenschwanz was da dranhängt und sollte man sich genau überlegen es kann eine gute möglichkeit sein muss es aber nicht und ich teile halt nicht immer da den eifer dass man es auf jeden fall machen sollte die gmbh kann wie gesagt eine lösung sein aber jetzt wegen der verlust verrechnung wäre ich noch ein bisschen skeptisch wann sind add money optionen sinnvoll also add money delta 50 wenn man sehr viel prämie ein nehmen möchte vorteil ist natürlich dass man viel prämie bekommt und dass add money die teuersten optionen sind natürlich nicht absolut das wäre mit delta 99 aufgrund des hohen inneren wertes aber add money optionen sind halt einfach sinnvoll weil sie das höchste wege haben und das höchste theta zum beispiel ja das ist halt einfach da der große sinnvoll gamma ist auch am höchsten und wenn ich dann halt in anführungszeichen richtig liegt der preis direkt fällt oder steigt dann kracht halt die option direkt an wert ein ja das hat einfach so der riesen vorteil klar es ist aber auch eine hohe wahrscheinlichkeit dass am ende der restlaufzeit die option im geld ist nutzen aber ganz gerne mal bei cash getputz oder covered calls sind cash getputz für kleine konten unter 5000 euro sinnvoll falls ja wie anfangen also cash getputz mit unter 5000 euro ich meine natürlich könnte ich jetzt noch eine coca cola cash getput verkaufen eine seite das ganze konto fast mit coca cola aktien voll würde ich generell eher nicht machen dann müsste ich halt aktien mit zehn dollar wählen da gibt es a keine prämie b sollte man eigentlich gar keine aktie kaufen die zehn dollar notiert oder bei zehn dollar also sehe ich sehr sehr schwierig vielleicht findet man noch ein etf oder sowas und silber etf wäre vielleicht noch eine möglichkeit also ein höchstens zwei cash getputzen da vielleicht möglich und da als tipp mal den etfs orientieren wann ist der verkauf von in der money option sinnvoll ja das ist relativ also je höher ja das in der money ist also delta 99 dann spricht es irgendwann ist es egal in anführungszeichen ob ich jetzt die aktie oder das underlying long gehe oder ein extrem im geld liegende option verkaufe das ist dann egal bei delta 99 wenn es ein dollar steigt und ich habe 100 aktien ist es egal und delta 99 steigt dann der optionspreis auch um 9,99 also sprich auch in einem dollar da ist häufig interessant wenn man sich vielleicht auch hedgen möchte könnte es sinn machen tief und geltigen die option zu nehmen wenn ich vielleicht ein etf nehmen möchte den ich nicht handeln kann könnte es sinn machen und das würde ich indirekt ein underlying long oder short gehen möchte da sehe ich eher den den sinn davon also auch eher steuerlich gesehen wo seht ihr die schwachstellen in eurem depot klammer auf manage account also manage account haben wir die einkommensstrategien wo es da auf jeden fall eine schwachstelle ist ist zum beispiel wenn der börse explodiert sämtliche kurse nach oben rennen wie es vielleicht nach der coronakrise war die größen buden jeden tag 78 prozent ansteigen und wir hatten ende vom monat vielleicht nur zwei prozent mit unseren einkommensstrategien verdient haben und der nestek nestek macht 15 prozent dann haben wir auf jeden fall nachteile weil wir da einfach beschränkt sind mit der prämieneinnahme vorteil natürlich wiederum wenn der aktienmarkt dann minus 50 prozent macht und wir machen trotzdem plus zwei prozent ist es natürlich schick aber wo ist der nachteil die schwachstelle wenn halt fomo an der börse herrscht dann kommen wir auf jeden fall nicht hinterher ok noch die letzte frage optimales delta bei covered calls ja ist genauso die frage wie wie viel soll ich essen kommt immer darauf an optimales delta kann weit weg sein wenn ich halt die also in delta 10 15 20 wenn ich eher noch das underlying behalten möchte da wird vermutlich die prämieneinnahme meistens sehr gering sein vor allem bei so langeweile titel wenn ich dann delta 10er nehmen weil einfach die chance extrem niedrig ist dass es auch ausgeübt wird da muss man meistens eher at the money gehen also ich persönlich eher at the money oder sagen wir mal delta 40 35 um noch prämien zu generieren und dann eher selten eingesetzt die cover calls eher bei schönen umkehrsignalen genau da würde ich es halt eher einsetzen und nicht halt einfach immer delta 10 oder sowas verkaufen weil die ja dann meistens dann ja ins geld rennen und so weiter weil ich es dann auch schlecht aufgesetzt habe also ich würde da eher selten covered calls aufsetzen und dann eher mit einem höheres delta aber ein optimales delta gibt es natürlich nicht das weiß ich erst hinterher was da das optimale delta war so das waren erstmal eure fragen die ich so kamen und ich für sinnvoll erachtet habe wie gesagt aber nochmal hintergrund was ihr gerade seht die instagram seite aufgerufen da könnt ihr dann einfach mal mitmachen wenn ich bei stories wieder also ich mache dann immer eine story und dann könnt ihr fragen stellen und ich bekomme die dann automatisch und kann die dann wie gesagt teilen instagram verlinken euch und dann machen wir entweder ein instagram da mache ich auch immer mal wieder fragenrunden beziehungsweise auch themen habe ich auch schon behandelt wo suboptimal mein gesicht drauf ist hier das just talking wo ich auch über andere themen rede wie gmbhs und co und dann immer mal wieder ein paar stories veröffentlicht also checkt unseren instagram kanal ab abonniert den ansonsten sehen wir uns in einem nächsten video bis dahin passt auf euer geld auf ciao ciao abon 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 abon